Ich will gar nichts davon haben! Oh nein, ich will schon wieder dieses Ding. Künstliches Cola für dieses ganze Stück. Ach, okay. Echt? Mecker, mecker, jetzt ist es doch. Oh mein Gott! Ooooooh! Ha, ha, ha! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielbierkanal. Leute, heute gibt es ein neues Board-Game, ein neues XXL-Brettspiel. Und zwar, willkommen hier zu Candyland! Candyland! Ja, das sieht schon sehr aus. Candyland. Und es ist wirklich ganz, ganz einfach erklärt. Wir gehen jetzt mal direkt zum Start. Oder warte, warte, warte. Wir bleiben lieber hier, wir bleiben lieber hier. Denn wir haben hier am Ende, kann ich euch schon erzählen, wie wir das Spiel beenden können. Und zwar wie folgt. Wenn wir hier angekommen sind, ist das Spiel noch nicht vorbei. Sondern wir haben hier einmal so einen Candy-Grabber. Da muss man eine beliebige Farbe hier einfach rausholen. Das ist egal, Hauptsache man schafft es in der Runde. Und beim Kaugummi-Automaten muss man vorhersagen, welche Farbe rauskommt. Wenn man das geschafft hat, dann hat man Candyland gewonnen. Dann müssen wir einmal nach vorne kommen mit. Claudio, komm mit. Ihr könnt hier neben unseren Feldern sehen, ist einmal was auf der linken Seite und einmal was auf der rechten Seite. Ja. Dafür brauchen wir unsere Spielfiguren. Das sind heute unsere Kissen. Okay. Es gibt drei insgesamt. Zwei Donuts und ein Pizzakissen. Diese Seite, also die obere Seite ist die linke Seite. Das heißt, wenn wir jetzt so. Okay. Und das wäre jetzt, wenn ich jetzt hier stehen würde, dann müsste ich das hier nehmen. Verstanden? Wenn's leer ist, ist leer. Wenn's leer ist, ist leer. Dann hat man Pech. Okay. Und, ganz wichtig, heute gibt es nicht das Mensch ärgerlich Prinzip. Das heißt, heute dürfen mehrere Leute auf ein Feld. Willst du das Pizzakissen? Wird auch das Donuts. Ja komm, ich nehm das Pizzakissen. Auch wenn's nicht zu Candyland passt, aber ich find das Pizzakissen sieht immer sehr, sehr gut aus. Candyland, Candyland. Gab's noch nicht so ein Lied? Nein. So, wir starten und heute darf ich mal starten. Oh ja. Eine 4. Es ist die 4. 1, 2, 3, 4. Okay, entweder Strawberry Cheesecake oder... Oh, wieder diese sauchen Dinger. Okay. Dann, aber musst du wirklich... Was würde dir mehr gefallen? Äh, Strawberry Cheesecake. Ich brauch die Schokolade. Ja, dann wär's bei dir. So. Und das war die rechte Seite. Der geht knapp. Okay, alles klar. Äh, ich nehm mir das jetzt erstmal mit. Bianca, du darfst als nächstes. Bitte nicht die 4. Bitte, bitte nicht die 4. 1. Sehr gut. Aber das ist doch gut. Ich will gar nichts davon haben. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö schon wieder eine vier das heißt das heißt ich mach mal für diesen zug einer kurz platz und siehe da ist natürlich wieder weit abgeschlagen ich hab immer gewonnen oh sehr gut 1 2 3 4 5 ich will center schock 1 2 3 4 ich krieg es nicht wird die kinder schokolade okay du kriegst die center schock bestimmt jetzt macht es ist die linke seite nein heute gibt es kein tauschen gleich jetzt schon an ja weil es gar nicht erwähnt wurde aber jetzt wieder aufkommen es gibt kein tauschen so ich gehe mal rüber damit ja bitte ich den würfel gegen kranz oh eine 6 1 2 3 4 5 und 6 ok ist es entweder es papier oder noch mal kinder schokolade nicht tauschen halt doch die klappe ist das kinder schokolade ich krieg zu viel nein 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 es wird nicht getauscht das ist die zwei ich möchte diese da bilder da will das war das in dieser freibad süßigkeit immer mit dieser stange ja genau so okay ich brauche die rechte seite nein okay aber raus ist auch nicht schlecht praktisch an den donat kann man sich so richtig auch hier so reingehnen dann erst mal wieder nicht auf die idee gekommen dass ich komme hier nicht vorhanden eine 1 ja mal gucken ob ich jetzt auch dieses double dip bekomme die Apfelschorle magst du die Apfelschorle dann? ich habe davon eine Sherry Coke gesehen die hätte ich lieber ja da kommst du ja vielleicht noch vorbei so dann ja ich bin dran 1 2 3 bitte nicht double dip warum willst du das haben? na dann hoffe ich dass ich double dip bekomme doch weg double dip oh 1 2 3 4 5 6 und guck mal wo ich wieder bin double dip komm schon nein jetzt habe ich hier mentos ist auch gut aber ich brauche double dip das ist doch die seite doch doch stimmt danke oh mein gott ah 5 4 5 hallöchen ey ich weiß auch du esspapier über alles lieb was meine Bianca findet esspapier ganz schön das ist die sinnlose süßigkeit hier niemals beste süßigkeit oder claudio cola ne ist das? ja künstliches cola für nicht ganz schnipp ich hab noch nie so menschen so viel über süßigkeiten beschweren also mecca 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 hier kannst du nur noch die rechte seite bekommen und du bekommst sie ich hab eine sahne ey das geht gar nicht soll man direkt auf dieses feld kommen ja ja das heißt ich muss direkt dieses feld und wenn nicht dann muss ich äh aussetzen ok alles klappt bin ich dabei es ist 1 2 3 4 5 wieder brauche ich brauche wieder brauche ich brauche ich bezweifle dass er das schafft mit dem candy rüber ok ich habe jetzt hier meine sachen die packe ich schon mal hier hin und ich mache mich für die nächste runde bereit ich würde gern die oreo kekse haben ich würd sie dir auch gönnen ne die 4 ich glaub ja 1 2 3 4 oh nein ich will nicht schon wieder dieses ding mecca 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 jawoll ja ich hab das extra gemacht weißt du wie lecker das ist wenn man das ähm in der tasse zermatcht mit Milch und dann in die Mikrowelle 6 1 2 3 4 5 sorry wird nichts wird nichts ok Claudio das ist an soll ich Musik an machen doch doch ich mache jetzt eine runde mache ich die Musik an eine runde warte hör auf Claudio die applaudieren wir das war also meine runde ja eigentlich da war nur einmal und ich gesagt hättet ihr sagen müssen das funktioniert ok jetzt kommt aber das schwierige eigentlich jetzt muss ich hier die farbe natürlich rausbekommen die ich will was haben wir wir haben pink wir haben orange wir haben rot wir haben blau ich hatte hier pink ich vertraue nochmal auf pink die runde war doch nicht zu ende tut mir leid hätte wäre die musik ausgegangen und ich könnte das nicht mehr bewegen dann ok weißt du nicht ob das bei diesem ding funktioniert aber so ok wisst ihr was ich habe euch sogar noch die möglichkeiten zweiten platz zu machen guck dir mal diese gesichter nein das war einfach unfair sobald sie verlieren sagen sie es ist unfair nein 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 jetzt mach ich bin erster oh da kriegt jemand die toilette ja die hätte ich auch lieber ich mag den aerosol natürlich eine 5 das ist doch schön ok genau hier ach so ich bin jetzt noch mal ne ja darf ich meine süßigkeiten machen weil es wird etwas akkier aber nicht einmal allein das ist der erste platz ich möchte nichts in der nähe da haben jetzt lässt sich jetzt hin du gehör bei Candy Red Candy Red ja so eigentlich hier wird wohl nix ok dann ja wie geht das denn jetzt hast du auch stark gedrückt nein drück auf warte oh ne das ist ja furchtbar ok sehr schön und jetzt wenn du nach unten hast nein ne wie war das nur einmal wie war das ich wollte zu viel wenn ihr wollt können wir auch ein Zeitlimit machen von der Minute ne jetzt du gewonnen hast ich hab das sowieso in der Minute geschafft da bin ich ja ehrlich ich kann das zugeben dass es nicht geklappt hat ok die Anker bist du dran oh wieder das ist aber Kippe ist egal hatten wir eben auch Kippe Kippe ich guck auf die Ohren warte 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 ich mach einmal ich komm schon du hast noch 45 Sekunden ok diese dinge nerven mich ich hatte da noch nie Glück niemand hat da Glück ach man warum komm ich du nicht ich kann gar nicht weiter hinter ok als wäre das eine wissenschaft 15 sekunden ja warte mal ich muss das jetzt noch irgendwie wieder 3,2,1 das geht nicht mehr oh mein Gott nicht mehr du musst doch auch erstmal nach oben und danach hast du das jetzt wieder runter fallen lassen so dann glaube ich hier Bianca kann das ja gerne entscheiden aber Bianca hat gesagt es war vorbei siehst du jetzt ist Bianca die Gemeine gar nicht 2 1,2 ja vielleicht kriege ich ja nochmal diese da bildet damit kann sich wenigstens ein bisschen ärgern kann schon wieder hola brause dann versuche es ein letztes mal in 3,2,1 und los du kannst auch mit dem rechten stick kannst du auch komplett bewegen das kriegst du doch den kriegst du doch jetzt jetzt nach oben der geht nicht guck mal der geht nicht nein jetzt mach siehst du geht ja noch ein Stück nicht ja dann muss das eigentlich funktionieren ja du musst nach oben wieder warum denn jetzt musst du ein bisschen weiter rein oh nein glück hier ist er okay alles klar damit hast du das geschafft aber du musst es hier auch nochmal schaffen ja von rosa nehmen ne ich nehme blau das ist ja nicht mehr da das ist ja nicht mehr da das ist nicht mehr da das heißt du darfst direkt direkt ne ja okay hey das ist nicht einfach ne ja die liege auch blöd hey 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 was denn dein automat hat dir nichts getan ich wollte ja nur dass du dich etwas verteilen 22 sekunden voll unfair 3 2 1 und oh das war's guck mal ich stelle hier mein geld zur verfügung vor ist das nicht nett das ist nicht dein doch nein oder jetzt mach welche farbe rot kommt gar nichts achso oh es hat sogar geklappt ja dann weiter Platz ja eigentlich verdienter erster Platz warum weil du unfair gespielt hast das stimmt doch ich habe gar nicht unfair gespielt wenn wir habe ich dafür länger als eine Minute gebraucht nein aber deine Spielregeln kam erst danach ja 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 aber ihr wolltet auch vorher tauschen kommt gar nicht infrage wir haben heute den ersten Platz hier von Candyland einfach kurz Applaus ja aber wenn der Applaus von hier nicht kommt brauche ich einen anderen Applaus wir haben im endeffekt alle gewonnen weil wir haben ja alle Süßigkeiten ich glaube wir haben alle eine gute Ausgabe achso ok Leute wenn euch Candyland ich frage euch trotzdem jetzt nochmal wie hat euch sonst Candyland denn heute gefallen das XXL war auf jeden Fall witzig schöne Idee von dir hast du gut gemacht ja guck und deswegen bin ich auch verdient erster Leute wenn es euch gefallen hat gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren ich gehe jetzt feiern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao 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 Ciao